So, und jetzt ist sie hier bei uns im Studio in Berlin. Guten Morgen nochmal, Beth Hart. Guten Morgen. Wie ist es denn mit den Jungs? Das ist so schön langgewachsen. Oh, jetzt bin ich auf das Gerät drauf. Wo habe ich kaputt gemacht? Wie ist es denn mit dem zu spielen? Das ist eine tolle Band, oder? Doch, das ist eine sehr gute Band. Das ist das erste Mal, als ich mit dem spiele. Fantastisch. Franz Bielmann. Geht's jetzt wieder? Yes. So, jetzt haben wir hier das Album My California. Das müssen sie sich besorgen, weil es ist unglaublich fantastisch. Wir haben schon einen Song vorhin gehört. Und jetzt haben wir einen Song aus Beth Hart und Joe Bonamassa. For My Friend heißt er. Obwohl, hier steht For My Friends. Das ist ja schiefgegangen. Haben die falsch gedruckt hier, oder? Die haben es irgendwie vermuzzelt. Ich weiß auch nicht, wieso. So, die haben es vermuzzelt, aber der Song ist unglaublich toll. Hier ist Beth Hart. Bitteschön. Thank you. Alright. One of our chairs, just say sorry. Oh, we will never be friends again. Let's have a drink and talk it over. Yeah, I wanna keep you for my friends. We're here today and on tomorrow. None of us knows when life will be. I said something to cause your sorrow. I wanna keep you for my friends. Hey! 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 Ay! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020